Die Karl Wenck GmbH stellt seit 1919 Gravuren für Druck- und Prägewalzen her, entwirft Oberflächendesigns und fertigt Walzen aller Art. In der Kunststoffindustrie, der Aluminiumveredelung, der Papier- und Kartonveredelung sowie der Leder- und Glasindustrie und des Maschinenbauservice ist die Karl Wenck GmbH Ihr verlässlicher Partner und setzt Ihre spezifischen Wünsche auf höchstem Niveau um. Präzise Handwerkskunst in Verbindung mit modernster Technologie erfüllt Ihre Ansprüche von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Projektes. International. Das engagierte Mitarbeiterteam bildet dabei den klaren Fokus auf exzellentes technisches sowie handwerkliches Know-how. Wenck graviert Prägewalzen zur Herstellung verschiedener Industrieartikel, wobei die sensiblen Oberflächen eng auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden und mit speziellen Werkzeugen und Säuren geätzt oder strukturiert werden. Die Wenck Druckwalzen werden für die Herstellung von PVC-Fußbodenbelägen verwendet und drucken Dekore, zum Beispiel mit Holz, Stein, Keramikoberflächen. Die Grundlage jeder Struktur sind Informationen der Farbverteilung oder Topografie. Diese Daten generiert Wenck mit modernsten Farb- und Oberflächenscanner und werden somit Ihren hochwertigsten Ansprüchen gerecht. Wenck dreht Zylinder von unterschiedlichen Bauarten, Druckzylinder, Heiz- und Kühlwalzen mit hoher Genauigkeit für die unterschiedlichsten Anwendungen. Oberflächenqualität und Gravur kommen aus einer kompetenten Hand. Dieser Erfolg beruht auf Kompetenz, 100 Jahren Kontinuität und Qualität. We are Wenck. Wenck Walzen. Weltweit.